Cembre ist erfreut, Ihnen die innovative LD16B-RP vorzustellen. Sie ist eine akkubetriebene Bohrmaschine, die für das Bohren von Bahnschienen mit speziell entwickelten Kernlochfräsern der Serie CY und Spiralbohrern der Serie PE von 7 bis 33 mm verwendet wird und im Bereich der Bahntechnik alle typischen Anwendungen abdeckt. Ergonomisch für den Transport und die Handhabung konzipiert, ist die Bohrmaschine unabhängig und verfügt über einen eingebauten 36-Volt-Akku. Ebenfalls enthalten sind eine Schnellspannvorrichtung und spezielle Schablonen für jedes Schienenprofil. Der Befestigungsarm in Kombination mit der passenden Profilschablone befestigt die Maschine mit dem Bohrer sicher auf der richtigen Bohrhöhe an der Schiene, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist. Das neue Schnellspannsystem für die Bohrwerkzeuge FastFit und die Verwendung des automatischen Kühlsystems verkürzen die Zeit für das Auswechseln der Fräser und bieten den Vorteil eines geringeren Bohraufwandes bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Bohrwerkzeuge. Das Zahnradgetriebe aus Stahl arbeitet in einem Ölbad und bietet Vorteile gegenüber anderen Getriebetechniken, wodurch sowohl die Leistung als auch die Wartung effizienter werden. Die mechanische Einheit wird durch einen bürstenlosen Motor angetrieben, der mit dem Akku verbunden ist, wobei die Software über die Elektronik das gesamte System steuert. Die Motoreinheit ist vollständig von einer Schutzhaube aus Silikon abgedeckt, wodurch die Schutzart IP44M das Arbeiten im Regen ermöglicht. Der Sicherheitsschalter mit Doppelfunktion wurde entwickelt, um eine versehentliche Inbetriebnahme zu vermeiden und die schrittweise Drehung der Spindel für die Bohrermontage zu ermöglichen. Die Hochleistungs-LEDs leuchten den Arbeitsbereich optimal aus. Das OLED-Display ist im Tunnel, aber auch bei Arbeiten bei Nacht sehr gut ablesbar. Der Anwender wird während des Bohrvorgangs durch eine einfache elektronische Anzeige unterstützt. So ist es möglich, die Vorschubkraft im optimalen Bereich zu halten und ein effektives Bohrergebnis zu erzielen. Das Einrichten der Bohrmaschine ist schnell, einfach und unkompliziert. Die MPAF-Schablonen, die für ein bestimmtes Schienenprofil entwickelt wurden, werden durch Stifte in Position gehalten und mit Schrauben fixiert. Die Konstruktion ist einfach, effektiv und erlaubt nur die korrekte Positionierung in der vorgegebenen Bohrhöhe. Die KPAF-Schablonen verfügen über zwei integrierte Schienenprofile und werden durch Flügelschrauben in Position gehalten, die von Hand angezogen und ohne Werkzeug gelöst werden. Dieses System ermöglicht es, die Maschine wiederum ohne Werkzeug von einem Schienenprofil zum anderen zu wechseln. Es steht ein Bohrbereich von 13 bis 33 Millimetern mit Kernlochfräsern und Spiralbohrern von 7 bis 23 Millimetern zur Verfügung. Chembra hat die Reihe der CY-Kernlochfräser entworfen sowie entwickelt und fertigt die beste Bohrtechnik in Bezug auf kurze Bohrzeiten und eine große Anzahl von Bohrungen, die mit jedem Kernlochfräser gebohrt werden kann. Die Fräser besitzen ein Fast-Fit-Schnellspannsystem, das eine schnelle Montage in der Spindel ermöglicht, ohne Verwendung zusätzlicher Werkzeuge und somit zu einer kürzeren Umrüstzeit führt. Der Zentrierstift wird benötigt, um das Kühlsystem automatisch zu öffnen und zu schließen, wenn der Fräser die Schiene berührt. Spiralbohrer für einen Bereich von 7 bis 16 Millimeter werden auf einem speziellen Adapter montiert. Größere Bohrdurchmesser werden direkt mit dem Fast-Fit-Schnellspannsystem montiert. Ein herkömmliches Bohrwerkzeug mit Weldenaufnahme kann durch das Entfernen des Fast-Fit-Aufsatzes in der Spindel montiert werden. Eine spezielle Gewindebohrung wurde in die Spannvorrichtung DBG F2 eingebracht, um die Schraube für diesen Anwendungsfall sicher aufzubewahren. Bei Verwendung von Kernlochfräsern und Spiralbohrern mit Weldenaufnahme werden Werkzeuge benötigt, um beide Imbusschrauben auszurichten und festzuziehen. Zum automatischen Kühlsystem gehört ein Druckbehälter für das Wasser. Überprüfen Sie vor dem Bohren, ob der Befestigungsarm DBG F2 korrekt positioniert und befestigt ist. Der Akku sollte vollständig aufgeladen sein. Falls dieser ausgetauscht werden muss, stellen Sie sicher, dass die Schutzabdeckung aus Silikon wieder richtig positioniert ist. Alle Zembre-Maschinen sind stets auf Sicherheit ausgelegt. Sie sind ergonomisch konzipiert, leicht, kompakt und ausbalanciert. Dies erleichtert den Transport bei geringem Platzbedarf und ermöglicht den Einsatz der Maschine auch auf engstem Raum. Da der gesamte Bohrvorgang weniger als 60 Sekunden dauert, werden die Risiken für die Anwender im Bahnbetrieb minimiert. Eine geringe Lärmbelastung und ein einfaches Handling ermöglicht eine ermüdungsfreie Bedienung der Maschine. Der Aufbewahrungs- und Transportkoffer kann im Gleisbett befördert werden, sodass der Anwender den Arbeitsort bequem und sicher erreichen kann. Das gesamte Zubehör und der Kühlmittelbehälter sind im Transportkoffer untergebracht. Der Positionierungsvorgang der Bohrmaschine ist extrem einfach. Lassen Sie die Schienenprofilschablone nur den Schienenfuß berühren und spannen Sie den Befestigungsarm DBG F2 am Schienensteg. Das Befestigungssystem richtet die Bohrmaschine aufgrund des Designs der speziellen MPAF-Schienenprofilschablone automatisch auf die horizontale Achse aus. Der Schnellanschluss des Kühlsystems wird über ein Absperrventil gesteuert. Beim Bohren mit einem Kernlochfräser ist dieses immer geöffnet. Beim Bohren mit Spiralbohren muss das Absperrventil vor dem Bohrvorgang geöffnet und am Ende geschlossen werden. Die Einstellung des Vorschubhebels ist abhängig von der Körpergröße des Anwenders oder der Arbeitshöhe. Berühren Sie die Schiene mit dem Kernlochfräser sanft, indem Sie den Hebel zum Körper hinziehen. Wenn der Fräser die Schiene berührt, stellen Sie den Vorschubhebel in die vertikale Position. Lassen Sie den Arretierungsknopf los und bewegen den Hebel leicht nach vorn, um zu vermeiden, dass der Fräser beim Starten der Maschine die Schiene berührt. Now go for green! Während des Bohrvorgangs werden Sie durch die LED-Anzeige unterstützt, die anzeigt, ob die zum Bohren verwendete Vorschubkraft optimal ist. Mit dem Cemre CY-Kernlochfräsern bleiben Sie immer im grünen Bereich. Wenn die LED rot leuchtet, reduzieren Sie die Vorschubkraft, bis die LED grün anzeigt. Eine weiße LED ist für Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser akzeptabel, andernfalls erhöhen Sie die Vorschubkraft, bis die grüne LED-Anzeige leuchtet. Am Ende des Bohrvorgangs bewegen Sie den Vorschubhebel in die vertikale Ausgangsposition, um den Kernlochfräser zurückzufahren. Sie können die Bohrmaschine nun leicht von der Schiene entfernen. Mit dem Cemre MSC-Magnetstab kann der Fräser und die Schiene sicher von Spänen gereinigt werden. Die LED-Anzeige bietet dem Benutzer Unterstützung bei der Angabe zusätzlicher Informationen, wie Gesamt- oder Teilbetriebsdauer, Geschwindigkeit und dem Ladezustand des Akkus, zusammen mit der Seriennummer der Maschine und der installierten Firmware-Version. Bei Problemen mit der Maschine meldet die LED-Anzeige eindeutig eine Diagnose-Fehlermeldung. Dies vereinfacht die Fehlersuche und die eventuell erforderliche Wartung. Bei Verwendung von Cemre Kernlochfräsern vom Typ CY verkürzt sich die Bohrzeit abhängig vom Bohrdurchmesser auf weniger als 15 Sekunden. Mit einem Cemre Kernlochfräser CY190 können 45 Bohrungen mit einer Akkuladung hergestellt werden. Durch den großen Einsatzbereich von 7 bis 33 mm Bohrdurchmesser können alle Anwendungen im Bahnbereich realisiert werden. Cemre CY-Fräser können mehr als 80 Löcher bohren. Der 36 Volt Akku hat eine Ladezeit von 60 Minuten. Was die Cemre Bohrmaschinen vielseitig macht, ist die Kompatibilität zu verschiedenen Schienensystemen wie zum Beispiel Wignol- und Drillenschienen und auch Stromschienen für die U- und S-Bahn. Das breite Angebot an Sonderzubehör stellt eine hochwertige Lösung dar. Es ist einfach zu bedienen und so konzipiert, dass es Zeit und Arbeitsaufwand des Benutzers reduziert. Es werden alle Anwendungen an der Schiene abgedeckt, wie zum Beispiel Erdungsanschlüsse, Gleiskreise, Isolierstöße, Schienenlaschungen und Achszähler. Zuverlässig? Überall, in U-Bahnen, in Tunneln, in Städten bei geringer Lärm und Umweltbelastung, in der Kälte und bei hohen Temperaturen zu jeder Tages- und Nachtzeit, sogar bei Regen. Minimale Wartung ist notwendig. Wir empfehlen jedoch, nach einer angemessenen Betriebszeit zu überprüfen, ob die Schrauben ausreichend festgezogen sind. Alle beweglichen Teile sind zu schmieren, alle Späne vom Magneten der Ölablassschraube sind zu entfernen und der Kühlmittelfilter ist zu ersetzen. GEMBRE achtet auf Details. Details machen den Unterschied. GEMBRE macht den Unterschied.